Da gibt es das kleine Ich, das auf einem Riesensee, einem Selbst, also einer großen Seele schwimmt. Und ein bisschen so David gegen Goliath, das Ich in der Auseinandersetzung mit der großen Menge der unbewussten Kräfte, die in uns tätig sind. Schön daran ist, dass wir einfach sehr viel mehr Potenzial haben, als wir bisher schon in einem bewussten Ich versammelt haben. Schlecht ist, wenn das Potenzial sich gegen uns wendet. Ich habe jetzt daraus dieses Dialogmodell der Kommunikation gemacht, das sagt, wenn zwei Menschen oder zwei Instanzen miteinander kommunizieren, gibt es eine bewusst methodische Oberfläche. Also man kann die fragen, was macht ihr da miteinander und die können eine Erklärung dafür abgeben. Wenn ich frage, wie steuert ihr das, können die sagen, methodisch nach Methode XY oder ich arbeite es in der und der Weise ab. Das gibt also eine gewisse Didaktik. Was, wann, wie, von wem, wie stellen wir uns das vor, bezüglich der Gestaltung von Rahmen einer Oberfläche. Ob Möglichkeiten zwischen Menschen dadurch zusammenkommen, hat mit sehr viel mehr intuitiven Gestaltungskräften, die da dahinter liegen, zu tun, die sich manchmal ohne Wahrnehmung dieser bewussten Oberfläche miteinander zusammentun oder auch Vorbehalte miteinander entwickeln. Deswegen ist es, um gute Kommunikation zu leisten, wichtig, dass man nicht nur bewusst methodisch zusammenkommt, sondern dass das bewusst methodische mehr ein Gerüst ist, in dem ganz viel Platz ist für das unbewusst intuitive Zusammenspiel, was sehr viel mehr komplexitätssteuernde Kraft hat als das bewusst methodische. Und das geschieht sowieso. Also die Behauptung, die mit diesem Modell verbunden ist, ist, dass sowieso Menschen in ihrer Wirklichkeit miteinander eintreten auf eine sehr komplexe Art. Sie wissen es nur oft nicht. Sie wissen oft nicht, was Sie Schwieriges miteinander anrühren. Dann wäre natürlich gut, Sie wissen es, weil Sie da steuernd eingreifen können. Aber Sie wissen oft auch nicht, wie viele Chancen, wie viele Gefallen Sie aneinander gefunden haben, wie viele Chancen damit verbunden sind, um das gut zu steuern und das nicht einfach irgendwo ohne eine ordnende Hand sich entfalten zu lassen. Und deswegen ist es wichtig für jeden guten Kommunikator, dass die Kommunikation zwischen diesen beiden Sphären gut funktioniert. Also dass ich in mir wahrnehme, ich habe jetzt ein Bild von Rotkäppchen und der Wolf. Fällt mir ein, ich weiß nicht warum, wenn ich mit dem zusammenkomme, dass ich nicht sage, das gehört jetzt nicht hierher, sondern was sagt mir das darüber, was für Fantasien ich darüber habe oder welche Wahrnehmung, wie der sich unbewusst aufstellt. Und wäre ich, wenn das so wäre, eher Rotkäppchen oder der Wolf, das hätte Vorteile, wenn man das vorher wüsste. Umgekehrt suchen uns ja alle möglichen Intuitionen heim, ob die passen oder nicht. Professionell, das haben wir ja vorher gesehen, brauchen wir aus den vielen möglichen Orientierungen am anderen oft nur einen Ausschnitt. Weil wir an der Stelle jetzt zum Beispiel nur ein Vorhaben klären müssen. Wir müssen nicht überlegen, ob wir den mögen oder ob mit dem Freundschaft angesagt ist. Wir haben auch jetzt keinen Deal miteinander zu machen, deswegen brauchen wir ihn an der Stelle auch nicht über seine Neigung, uns übers Ohr zu hauen, uns zu beschäftigen. Das heißt, das Bewusstmethodische kann auch einen Rahmen für die Intuition und für das Abtasten des Anderen vorgeben, kann auch vorgeben, darauf beziehe ich mich jetzt, das Andere kann ich am Rande wahrnehmen, darauf brauche ich mich aber jetzt nicht viel orientieren. Die Intuition setzt sich ja unmittelbar in Handlung um. Deswegen, wenn Intuitionen, die gar nicht in die Situation gehören, mich dominieren, dann setzt sich das unmittelbar in Handeln um. Deswegen ist gut, wenn über eine Rollenklärung, über eine Kontraktklärung, über Klärung mit diesen ganzen Konzepten, dass ich meiner intuitiven Selbstorganisation auch eine Orientierung gebe. Sodass ich, wenn ich professionell unterwegs bin, Intuitionen habe, die zum professionellen Auftrag gehören. Wenn ich jemanden einschätze, muss ich ihn nicht einschätze, ob das ein guter Spielkamerad wäre, sondern einschätze, ob der, wenn eine wichtige Sachinformation fehlt, das merkt. Das ist eine andere Art von Intuition. Wir nennen das dann die Läuterung von Intuition. Und dieses Modell steht dann auch für ein gewisses Weltbild bis hin zu einer Organisationssteuerungsweltbild, das eben sagt, natürlich ist das die bewusste Steuerung einer Organisation dazu da, richtige Rahmensetzungen zu machen. Aber ob das miteinander flutscht oder nicht, ob die Menschen ins Boot kommen, das ist eine unbewusste Abstimmung, die überschaut gar kein Mensch die ganzen Dimensionen, die dabei eine Rolle spielen. Aber es wäre gut, wenn die Didaktik des Miteinanderarbeitens eine Chance bietet, dass wir uns aneinander ankoppeln und dass wir merken, wenn das nicht gut geht. Und dass wir dann eher nochmal gucken, wie können wir dann nochmal neu miteinander umgehen, dass wir zueinander finden, anstatt dass wir versuchen, nur mit der Oberflächensteuerung zu arbeiten und die Menschen, die man, je komplexer es ist, je mehr Kreativität gebraucht hat, als Ganze mitnehmen müssen. Da müssen alle intuitiven Kräfte zusammenwirken. Wenn wir die nicht mitnehmen, kommen wir einfach nicht weit. Und das hat Auswirkungen auf die Frage, was und wie viel ist eigentlich notwendig für Teambildung oder für das Etablieren einer Führungsbeziehung. Der Profi unterscheidet sich dann wieder vom Laien, wenn ich mal so sagen kann, dass er relativ gut mit sich in Kommunikation ist und dass er relativ gut merkt, ob der andere mit sich in Kommunikation ist oder nicht und dass er dem anderen aktiv Impulse gibt, mit sich in Kommunikation zu kommen. Das heißt, ein Metaziel jeder guten Kommunikation ist das im Moment, ein Kommunikationsziel gemeinsam zu erreichen und daneben den anderen darin zu stärken, das Zusammenspiel zwischen bewusst methodisch und unbewusst intuitiv zu verstärken. und das etwa in einem Projekt, das zusammenspielt. Also das ist ein Aufbau einer Begegnungskultur. Das ist verständlich. Ihr werdet immer stiller irgendwie. Es ist auch im Moment dann nur noch ein Punkt, dann ist vielleicht ein bisschen Pause oder ein bisschen Austausch oder sowas angesagt. Ja, das war das Dialogmodell der Kommunikation und ihr habt ja gemerkt, dass das sozusagen eine Art ist zu betrachten, wie begegnen sich eigentlich Kulturen, welche vordergründigen und hintergründigen Dynamiken treffen da eigentlich aufeinander. Ich habe da noch ein anderes Schema der Unterscheidung. Wenn man sagt, es begegnen sich Menschen jetzt zum Beispiel, können wir ja fragen, wer oder was begegnen sich da eigentlich. Und je nachdem, als was ich diese Begegnung ansehe, kann es eines sich zu völlig verschiedenen Schlussfolgerungen kommen, was für Ereignisse ich ansetzen muss, mit welchen Methoden ich arbeiten muss. Also, wie wir früher gelernt haben, wir haben versucht, alles auf beobachtbares Verhalten zu reduzieren. Und die einfache Form der Verhaltenstherapie hieß, jeder muss ein kompetentes Verhalten erlernen. Und wenn er das richtige Verhalten zeigt, adressiert er den anderen, der diese Signale zu entschlüsseln lernt und darauf lernt, auch das geeignete Verhalten zu zeigen. Adäquat. Und so klappt Beziehung und das kommunikative Zusammenspiel. Wenn ich so denke und es klappt nicht, versuche ich herauszufinden, wer da seinen Text nicht kann. Und dass er dennoch bitteschön lernen soll. Und da gibt es Unmenge von Skills, die uns sagen, wie, wenn ich es nicht ganz kann, how to make it better. Und wenn jemand wirklich zu wenig Skills hat, dann ist es auch die richtige Lernebene. Wenn jemand aber schon relativ viele Skills hat, aber egal mit wem er redet, nach einer Weile ist er sauer, egal zu wem er einen Verkäufer schickt, der kommt nie in Auftrag nach, dann können wir sich einmal fragen, liegt es daran, dass er die falschen Verhaltensweisen drauf hat, oder es kann sein, dass er die falschen Haltungen drauf hat. Das heißt, der andere hört all die richtigen Worte, hat aber die ganze Zeit das Gefühl, der interessiert sich nur für mich. Der interessiert sich nicht für sich und nicht für mich. Und wenn das rüberkommt, der dauernd aber von Serviceleistungen schwätzt, bringt es gar nicht. Wenn das der Fall wäre, dann müsste man sagen, wie kommt es, dass jemand solche Haltungen hat, merkt er überhaupt, welche Haltungen er transportiert, merkt er es, wenn der andere negativ reagiert auf die Haltung, denkt er selbst, es liegt an seinem Verhalten und macht noch einen salbungsvolleren Beitrag oder fragt er sich mal, wie kommt es, dass der sich verarscht fühlt von mir. Wenn man dann so denkt, muss man dann erst eher an den Haltungen arbeiten. Man spiegelt sich gegenseitig Haltungen, die man empfindet. Da wird es dann schon ein bisschen schwieriger mit der operativen Beschreibung. Wir machen das in den Spiegelungsübungen. Also wenn es etwa Haltungen im Umgang mit Macht geht, haben wir so unverfängliche Fragen wie, angenommen der andere wäre bei dir Steuerprüfer, was für Bilder steigen in dir auf? Und dann erfahre ich relativ schnell was über Haltungen, indem ich sage, das wäre klasse. Dann ging es diesmal leichter. Ich müsste mich gut vorbereiten, aber es wäre dann okay. Oder, oh, das wird hart. Der gehört zu den Typen, die man nie, solange die auf ihren Knien sind, ist es in Ordnung, aber wenn die aufstehen, wird es fürchterlich. Das heißt, es begegnen sich auch Haltungen und wenn die Haltungen stimmen, das wissen wir alle, dann können die Tools durchaus mal nicht so stimmen oder die Sätze nicht die richtigen sein. Man weiß, wie es gemeint ist. Man hilft sich gegenseitig die Oberfläche. Man ist fehlertolerant gegenüber der Oberfläche, aber man hilft sich auch gegenseitig mit einer unvollkommenen Oberfläche zurechtzukommen, weil die gar nicht so perfekt sein muss und trotzdem kann Wirklichkeit gut sich miteinander verkoppeln. Umgekehrt, habe ich es ja gerade schon gesagt, wenn die Haltungen nicht stimmen, dann kann das Verhalten noch so perfektioniert werden. Das ist nicht das Problem. Dort, wo wir Bildungs- oder Coachingleute sind und wir ja mit dem begrenzten Ressourceneinsatz arbeiten müssen, müssen wir fragen, wofür verwenden wir die Beratungszeit zum Beispiel? Für Arbeit an Haltung oder für Arbeit an Verhalten? Oder wenn jemand zum x-ten Skilltraining gehen will? Oder wenn jemand zum x-ten Meditationstreffen gehen möchte, um seine Haltung dem Kosmos gegenüber zu verbessern? Könnte man sagen, wäre vielleicht auch nicht schlecht, über das Lernen einen ordentlichen Mitschrieb zu machen, von einer Verhandlung, sodass man hinterher auch noch weiß, was besprochen worden ist. Es lässt sich halt nicht alles mit der Haltung zum Kosmos machen. Ich gehe da noch ein Stück weiter. Ich habe euch ja vorher die beiden Bilder vom Wüstenbild Wolfgang Los und dem Zirkusbild von Bernd Schmid gezeigt. Ich gehe mal davon aus, dass wenn Menschen sich begegnen, begegnen sich immer auch Mythen, Lebenserzählungen. Und wenn sich da Herkules mit Schneewittchen trifft, kann man sich natürlich nicht so gut eine gemeinsame Erzählung vorstellen. Was soll Herkules mit dem... Ja, Thomas? Zweck entfremde mir Herkules nicht. Er hätte schon Ideen, was man da machen könnte. Okay. Das heißt, es ist ganz gut, einer meiner mythologischen Figuren, der ich in Lang lebe, ich erzähle das ja manchmal in ganz verschiedenen Staaten ihrer Entwicklung, haben mich immer unterschiedliche Aspekte interessiert, war die Moses-Figur. Und da kann man sich schon fragen, okay, da treffen sich Moses und der Froschprinz. Gibt es eine Chance, dass die zusammentreffen? Also Moses kommt, da sitzt der Frosch, Moses sagt, lass uns aufbrechen ins Land, wo Milch und Honig fließt. Und der Frosch sagt, Quark, Quark, ich muss geküsst werden vorher, mache ich nichts. Und Moses versteht aber das Küssen überhaupt nicht zu seinem Repertoire seiner Mythologie gehört und sagt, da ist aber Milch und Honig und Teiche und Froschfrauen en masse. Quark, Quark, da bin ich zu hässlich. Ich folge einer anderen Mythologie. Es ist jetzt so ein bisschen ins Lustige gezogen, aber es ist einfach ganz gut, wenn Menschen, die sich intuitiv sowieso auf die Zusammenspiele ihrer Mythologien abtasten und sowas entweder im Hintergrund nebenher machen, das muss dann nicht stören, eine professionelle Beziehung, oder aber die professionelle Beziehung eigentlich von einem mythologischen Rahmen umgeben wird. Zum Beispiel der eine ist einer, der grandios scheitert und daraus geläutert, bescheiden hervorgehen möchte. Der andere ist jemand, der die Golden Gate-Brücke bauen möchte und die soll dann nachher auch dastehen und jahrhundertelang befahren werden. Beide können 80% der Wegstrecke gut zusammenarbeiten. Gegen Ende kann es Schwierigkeiten geben. Ich habe mal zwei Unternehmer, die ein großes Beratungsunternehmen in Hamburg geleitet haben, Interview, die waren in einem schweren partnerschaftlichen Zerwürfnis. Und da habe ich mit diesem mythologischen Gedanke gearbeitet und es hat sich dann herausgestellt, die kamen beide aus ärmlichen Verhältnissen. Der eine hat jetzt sehr vereinfacht die Lebenserzählung gehabt und das wird mir nie wieder passieren und ich werde groß und mächtig und alle sollen sehen, dass jemand, der es so weit unten angefangen hat, es so weit bringen kann und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Der andere kam auch aus ärmlichen Verhältnissen. Der hat gesagt, das sollen mir nie wieder passieren. Mein Vater hat sich tot gearbeitet und dann ist er am Herzinfarkt gestorben und er hat sich tot gearbeitet, weil wir in verarmten Verhältnissen waren und die Zeit so war, dass wir nicht rausgekommen sind. Und ich will jetzt zeigen, da kann man rauskommen. Aber wenn ich draußen bin, will ich nicht am Herzinfarkt sterben, dann verkaufe ich das alles und führe ein gutes Leben und tue all das, was mein armer Vater nie hat tun können. Das ist eine andere persönliche Mythologie. Am Anfang kamen die zusammen und haben gesagt, lass uns erfolgreich werden und ein großes Unternehmen aufziehen. Das hat jetzt 120 Mitarbeiter und war, weiß nicht, 20, 30 Millionen schwer. Und jetzt wollte der eine plötzlich sich zurückziehen und verkaufen, zumindest mal teilweise, weil der andere gesagt hat, wir brauchen das ganze Geld und wir brauchen deine Kraft, weil wir jetzt ansetzen zum Sprung in die nächste Dimension, wo es noch herrlicher wird. Also kriegt ihr ein Gefühl dafür, dass das zwei persönliche Mythologie zeitweilig der Motor für eine gemeinsame Entwicklung war und dann unbemerkt von beiden, sie an Punkte kamen, wo das auseinander lief und sie haben nur die Enttäuschung voneinander wahrnehmen können. Sie hatten keine Sprache, keinen Verständnisrahmen, wie man darüber sprechen kann. Als das dann miteinander klar war, waren sie dann immer noch traurig, dass sich ihre Wege da trennen müssen, aber sie haben eingesehen, dass da keiner irgendwas Schlechtes macht oder Schuld an was ist, sondern dass der Mythos als Gemeinsamkeit so weit getragen hat und dass er nicht weiter tragen kann, dass sie das nicht gewusst haben, dass das immer so angelegt war. Es hat sich niemand verändert, es hat niemand irgendwas verraten, sondern jeder lebt eben diesem Mythos entlang. Das sind jetzt Beispiele für die persönlichen Mythen und das ist dann oft ganz spannend, gerade bei Schlüsselfiguren, die sehr prägend sind für die Ausrichtung und für die Kultur eines Unternehmens, wenn die sich darüber verständigen. Dann gibt es aber auch noch Mythen und Traditionen, die jetzt nicht persönlich sind, sondern die aus anderen Hintergründen kommen. Also solche Beispiele gibt es zum Beispiel jetzt, wenn ich mal von der Person weg springe, bei Bankenfusionen. Ich habe mit dem Franz, der ja bei der Hypo-Bank war, die später mit der Vereinsbank fusioniert, hat dann noch mit x anderen Banken später. Diesen Prozess habe ich teilweise begleitet und da war halt eine andere Mythologie in der Hypo-Bank. Das war die regionale Bank, die Dienstleister war für Leute, die Materialgeschäft gemacht haben, was man heute denkt, dass die Banken mal tun sollen, das haben die auch wirklich mal gemacht. Und die eine Wärterfunktion hatten, dass wenn sie merken, jemand übernimmt sich finanziell, dass sie den konfrontiert haben, nicht um den zu schikanieren oder weil die Rendite nicht hoch genug war, sondern weil sie gemerkt haben, der gerät in eine Schieflage, was die Bewirtschaftung seiner Finanzen betrifft. Damit haben die gut verdient, die Renditen waren nicht sehr hoch, die haben sich ein sehr reichhaltiges Betriebs, Kultur geleistet, die hatten viele Coaches, die hatten Zeit, sich zu entwickeln, Urteile miteinander abzuwägen und ähnliches. Die waren aber dann in einer Zeit unterwegs, in der dann andere Effizienzkriterien aufgetreten sind, die sie mit dieser Art des Wirtschaftens nicht ohne weiteres genügen konnten. Und da war diese Vereinsbank. Da galt es mehr Renditen erzielen, Umsätze machen. Da ging es nicht so sehr um die Wertefunktion gegenüber dem Kunden, sondern um die Wachstumsdynamik der eigenen Bank. Und wenn jetzt in einer Fusion etwa die beiden Personalleiter oder Personalabteilungen dieser beiden Banken aufeinanderstoßen, dann verkörpern die Vertreter natürlich ein Stück die Tradition dieser Banken. Die sind dann unterschiedlichen, nicht persönlichen Mythologien und Traditionen verpflichtet. Und dann kann es sein, dass sie aneinander geraten und halten das für ein Beziehungsproblem zwischen zwei Menschen. Aber es ist nicht mal ein Beziehungsproblem zwischen zwei persönlichen Mythologien, sondern eigentlich zwischen den dahinterstehenden Mythen. Man kann sich dann immer auch fragen, wenn jemand so eine ganz andere persönlichen Mythos hat, warum ist er bei der einen Bank und bei der anderen Bank. Also das kann sich dann ein bisschen komplex schichten, aber das wäre einfach nochmal eine andere Ebene, um sich zu fragen, was begegnet sich da eigentlich. Und wenn wir auf der Ebene diskutieren, brauchen wir zur Klärung von guter Kommunikation natürlich völlig andere Arbeitsweisen und Dimensionen, als wenn wir denken, das ist ein Skillproblem. Wenn die beiden ihr Skillrepertoire gut beieinander hätten, müssten die doch zusammenwirtschaften können. Und deswegen habe ich das auf diese Weise unterschieden. Ich habe es dann zum ersten Mal zu Papier gebracht oder zum ersten Mal mit einem Schaubild versehen, in einem englischsprachigen Artikel. Deswegen steht der drunter noch. Es gibt es aber mittlerweile auch auf Deutsch. Ich habe es jetzt nur so schnell nicht gefunden. Ja, das waren jetzt die Kommunikationsmodelle oder Verständnis von Bezogenheiten zueinander. Also auch wieder viele verschiedene Differenzierungen, die ganz verschiedene Implikationen und Konsequenzen haben für die Art, wie ich an Verständnis und an Gestaltung von Beziehungen und Kommunikation aus den verschiedenen Rollen im professionellen Feld rangehen kann. Keines dieser Schemata sagt, das eine oder andere ist richtig, sondern hilft uns überhaupt, uns mal zu verordnen, aus welcher Perspektive, mit welchem Verständnis wir überhaupt arbeiten wollen. Und ihr habt ja gemerkt, das klassische Senderkanal- Empfängermodell ist sozusagen immer kleiner geworden in der relativen Bedeutung. Und diese anderen Konzepte, die aber zum Teil eben anspruchsvoller und komplexer sind, auch weniger operational erklärt werden können, sondern sehr viel mit sehr komplexen, auch intuitiven Abstimmungsprozessen zu tun haben, haben jetzt in meiner Serie dann auch immer mehr Gewicht bekommen. Und wir am Institut stehen auch einfach dafür, dass diese Dimensionen auch unser Fokus sind. Das Skill-Training können wir, glaube ich, anderen überlassen. So, das war jetzt die Kommunikationsmodelle erst mal. Und jetzt machen wir, machen wir gleich Pause oder ist es ganz gut, die Pause damit anzufangen, dass ihr untereinander so ein bisschen noch mal Resonanzen austauscht? Mit dem Resonanzen austauschen meist hat man keine Lust und nachher ist es doch gut, man hat es gemacht. Wir machen mal so, redet mal über das, was ihr gerade erfahren habt und wie es euch damit geht. Ich sehe ja schon, man spricht ja vom Suppentief oder wie das Ding heißt. Also wir sind jetzt eher auf der Seite der Intensitätsverminderung. Sodass ihr einfach darüber, über das, was wir jetzt gemacht haben, ein bisschen mehr aktiv in Kontakt kommt. Und zwar nicht mit denen, die ihr euch raussucht draußen dann, sondern mit denen, die neben euch sitzen. Fünf Minuten und danach noch 25 Minuten Pause. Ich passe auf, dass keiner gleich mit der Pause anfängt. Es ist jetzt schon viel gewesen. Wir machen, eigentlich wäre jetzt nach meiner Logik systemische Steuerung dran, aber das ist relativ abstrakt. Ich denke, wir haben es leichter, wenn wir Verantwortung und Macht jetzt erstmal heute Nachmittag machen. und ich würde gerne auch auf etwas Bezug nehmen, was ich früher sehr häufig gemacht habe, ist, dass ich zu Themen, die sich dafür eignen, sowohl über eine geleitete Fantasie gelehrt habe, als auch über Referat. Und das sind Kombinationen. Und weil ich weiß, dass die meisten von euch sowieso gern meine Stimme hören. Ich habe gedacht, wir können das jetzt heute Nachmittag, dass wir es auch ein bisschen ruhiger angehen lassen, bei einem Thema, das auch leichter persönliche Bewegtheit auslöst, als diese abstrakten Themen. das miteinander kombinieren. Die Frage für mich ist, ich bin gerade mal überlegen, sollen wir erst sozusagen das bewusst methodisch orientierte machen und danach die geleitete Fantasie? Da kommt heftiges Nicken, da machen wir es dann in der Reihenfolge. Gut. Auf das Thema Verantwortung und Macht bin ich schon früh gestoßen, eben in der Zeit, in der ich noch selbst viel Organisationsberatung und Themenentwicklung gemacht habe. Und da stammt eben auch ein erstes Schema, zu diesem Thema aus dem Jahr 1989, das ist im Buch falsch, das muss nicht 98, sondern 89 handeln und das war damals in der Mitarbeiterzeitung der SEL Al-Kadel, für die ich viele Jahre mit Rolf Baling zusammen sehr viel gearbeitet habe. Und da kam das aus einer Teamentwicklung heraus, dass das Problem war, war, dass die einen, die die Macht hatten, nicht zum Workshop kamen. Was nur dort so ist und längst Vergangenheit, heute ist es gang und gäbe, dass die, die die Macht haben, auch da sind und mit der Macht auch das, was bewerkstelligt werden, voll unterstützen. Wer da ist, sind die, die die Verantwortung haben. Die haben aber oft nicht unbedingt das Können an Bord, das sind dann oft wieder andere. Und so kam ich eben zu diesem Slogan Macht, Verantwortung und Können gehören zusammen. und es ist ganz traurig, wenn die einen, die die Verantwortung übernehmen und das sind oft ja sehr gewissenhafte Kreaturen, meinen, die Bereitschaft, sich zu zerreißen, wäre alles und sie haben kein Recht, die Unterstützung durch Macht einzufordern und sie müssen es auch verantworten, wenn sie es gar nicht können oder keinen Zugriff haben auf Menschen, die es können. Das war also zunächst mal ein Dreieck in dem Reigen zum Thema Verantwortung Macht und Können und daraus ist dann jetzt später dieses Schema geworden, die vier Dimensionen eines Verantwortungssystems und dann habe ich mir überlegt, was heißt denn Verantwortung? Ich halte Verantwortung für eines der großen Themen unserer Zeit und Geschehen ist ja überall in der Welt, dass man sich fragt, wer hätte eigentlich Antworten geben müssen oder müsste heute geben zu den Fragen, die uns alle bedrängen, machen das ganz klar, dass Klärung von Verantwortung und mittlerweile bemüht sich ja in der Auseinandersetzung zwischen globaler Politik Politik und sich globalisierender politischer Macht auch hoffentlich eine gewisse Klärung, wie das Zusammenspiel da sein soll, weil die sich globalisierende Wirtschaft eben begann, eben auch die politische Macht in einer Weise zu repräsentieren und das muss irgendwie eingeholt werden. Man kann ja hoffen, dass wir aus der Krise bei der Gelegenheit lernen. Sehr vereinfacht Nachgesprochen fand ich eigentlich, dass man das wirklich wörtlich nehmen soll, nämlich verantworten heißt Antwort geben und dann kann man sich relativ leicht fragen, welche Fragestellungen sind da und wer muss wie darauf Antwort geben, um die Frage der Verantwortung klären. Antwort geben ist jetzt nicht gemein im Sinne von Auskunft geben, sondern darauf reagieren, also auch durch Verhalten, durch Inszenierung Antwort geben. Und dann habe ich Unterschieden zwischen vier Dimensionen, die eben da verschieden sind. Zunächst mal die Frage der Qualifikation muss geklärt werden, es muss niemand Verantwortung geben können. Das heißt, wenn ich einen Strategieberatungsprozess mitverantworten möchte, hat das nur einen Sinn, wenn ich Ahnung habe von Strategie. Also ich muss mir Rechenschaft ablegen, ob ich selbst die Qualifikation habe oder ob ich zumindest die Qualifikation habe, zu beurteilen, welche Qualifikation man braucht. Es muss nicht alle Dimensionen in einer Person oder Instanz vertreten sein, aber sie müssen auf die Bühne geholt werden, dass sie zusammen ein Verantwortungssystem bilden können. Also kann jemand das? Und oft genug, wir alle kennen Leute, die meinen, die Bereitschaft voranzustürmen ersetzt das Training im Laufen. Eine andere Frage, Dimension der Verantwortung ist, wollen die Menschen diese Antworten geben? Also es ist eine Frage der Werte oder der Motivation. Also zum Beispiel ist das Selbstverständnis eines Bankers, dass er seinen Kunden bezüglich seiner Fragen, wie ist ein gutes Geschäftsdesign gemacht, ist es verantwortbar, dafür den Kredit zu kriegen, will der mit dem daran arbeiten, das wirklich zu klären. Wenn er nämlich den Wert hat, es geht darum, dem hauptsächlich einen Kredit zu verkaufen und das will er, dann kann er bezogen auf die Frage, wie er verantwortlich den Kunden betreuen kann, fehlt natürlich eine wichtige Dimension im Verantwortungssystem. Dann kommt die Frage der Autorisierung oder auch der Ausstattung, darf er und kann er diese Antwort geben? Also ist die Weisung von vorgesetzter Stelle, ob es das Prinzip ist, ernsthaft zu prüfen, ob an der Stelle ein Kredit zu vergeben ist, ob das verantwortbar ist und ich autorisiere sie, diesen Kredit nicht zu vergeben, wenn es ihnen nicht vernünftig erscheint. Wenn stattdessen und wenn das nicht gegeben ist, dann darf derjenige nicht die Antwort geben, die er nach seinem Wollen und vielleicht nach seinem Können geben wollte. Da muss man dann eben immer auch fragen, wer darf da autorisieren? Zum Thema der Autorisierung kommen wir nachher nochmal speziell. Und oft ist es dann auch die Frage der Ausstattung. Also kriege ich eine Berechtigung? Werde ich auch gestützt, wenn jemand meinen Versuch auf ihn Einfluss zu nehmen, sich entziehen möchte? Das ist oft eine Frage der Führungsbeziehung nach oben und der Traute dann zwischen den Chefs sich abzustimmen und ähnlichem. Also bin ich auch berechtigt verantwortlich zu handeln und lässt sich die Frage verantworten müssen? Das heißt, werde ich zur Rechenschaft gezogen, wenn ich es nicht tue? Also gibt es eine Kontrolle, wenn Verantwortung nicht wahrgenommen wird? Auch da haben wir zur Zeit jede Menge Beispiele, dass Zuständigkeiten entweder nicht erkannt oder nicht wahrgenommen wurden. Oder die Zuständigkeiten vielleicht wahrgenommen wurden und die Kompetenz nicht da war. Oder die Kompetenz da gewesen wäre, aber der Wille nicht da war, weil es Probleme gegeben hätte. Und wenn man eben darüber nachdenkt, ist ein Verantwortungssystem vollständig und gesund, sind das die Dimensionen, wenn irgendwas schwierig scheint, auf welcher Ebene liegt das? Weil es hat ja keinen Sinn, die Leute zu autorisieren, wenn das Gehaltssystem so ist, dass sie aus Eigennutz heraus das gar nicht wollen, verantwortlich Kreditvergabe zurückzuweisen. dann brauche ich auch nicht an der weiteren Autorisierung arbeiten. Beziehungsweise wenn eine klare Policy ist, ihr macht Umsatz um jeden Preis, dann brauche ich nicht mit dem Einzelnen der Supervision daran arbeiten, ob er eine persönliche Werteorientierung hat, dass man das eigentlich anders machen sollte. Oder wenn jemand sowieso gar nicht durchblickt, entsteht die Frage des Wollen und Dürfens noch gar nicht, denn egal wie, er hat gar nicht die Kompetenz mit der Sache richtig umzugehen. Und das Wollen und das hat natürlich ein bisschen was mit dem Müssen zu tun, wenn er weiß, er wird zur Rechenschaft gezogen, wenn er es nicht tut, es gibt da Kontrollinstanzen, spielt die ganze Sache wieder anders. Also es sind einfach vier Dimensionen und ich habe gehört von vielen, die da mit einer Praxis arbeiten, gerade im Bankenbereich zum Beispiel, dass es ein ausgesprochen nützliches Schema ist, sich zu fragen, kann ich muss ich, darf ich, will ich. Und das hilft eben Dialog über Verantwortung sehr gut zu strukturieren. Das sind hier nochmal die vier Dimensionen des Verantwortungssystems, also Qualifikation, Werteorientierung, eingeforderte Zuständigkeit und die Frage der Autorisierung. dann hat sich noch eine andere Unterscheidung bezüglich Verantwortung als nützlich erwiesen, nämlich die Entscheidung Verantwortung für und Verantwortung in Bezug auf. Also Verantwortung für wäre zum Beispiel der Kellner auf der Titanic, der dafür verantwortlich ist, dass der Tisch gut gedeckt ist. Wenn er jetzt einen Eisberg auf der Route des Schiffs sieht, ist er eigentlich nicht dafür verantwortlich, weil das nicht in seine Zuständigkeit fällt, aber er ist dennoch verantwortlich auch fürs Ganze und das habe ich genannt Verantwortung in Bezug auf. Das heißt in einem kleinen Unternehmen wie unserem ist das sowieso so, aber ich glaube es muss auch in jedem größeren Unternehmen so sein, dass jemand sich nicht beschränken darf auf das wofür er verantwortlich ist, sondern dass er das immer abstimmen muss mit dem Gesamtsystem mit der Verantwortung bezogen auf alles andere, weil nur zusammen funktioniert das. Und diese Kombination ist deswegen wichtig, weil bei der Entwicklung von Verantwortungssystemen ja oft Lücken entstehen auch dann wenn die Strukturen komplexer werden das oft gar nicht auffällt dass es für bestimmte Bereiche keine Verantwortung definierend gibt und da müssen alle mit gucken egal wofür sie verantwortlich sind ob das im Zusammenspiel mit den Verantwortlichkeiten der anderen und mit dem was sie erkennen können was insgesamt verantwortet werden muss ob sie den Eindruck haben das ist abgedeckt und wenn das nicht der Fall ist das ist jetzt ideal gesprochen dann müssen sie in verantwortungsdialog gehen dann müssen sie mit ihrem vorgesetzten oder wer immer der jeweilige partner ist darüber sprechen meiner Meinung nach gehört darauf Antwort gegeben ist da jemand dran gibt es ein Bewusstsein dafür dass darauf Antwort gegeben werden muss und wie verträgt sich die Art wie ich meine Verantwortung wahrnehme mit der Verantwortung anderer sodass das erstens möglichst lückenlos ist und zweitens möglichst auch gut ineinander greift also komplementäre Verantwortungen wahrgenommen werden und oft gibt es ja heute ganz verschiedene Vorstellungen von den Menschen wofür man verantwortlich ist also zum Beispiel eine Top Führungskraft Geschäftsführer eines internationalen Unternehmens den ich einfach danach gefragt habe wie er seine Verantwortlichkeit als Führungskraft sieht der hat die Idee ich bin für die großen Linien und für die Abstimmung meiner Vorstandskollegen zuständig den Rest macht meine nachgeordnete Ebene das sind qualifizierte Leute deswegen bin ich nicht dafür verantwortlich was sie machen die sind kompetent also müssen die auch verantwortlich handeln aus meiner Sicht ganz klare Lücke im Verantwortungssystem ich habe dann versucht diese verschiedenen Ebenen untereinander in Dialog zu bringen wer eigentlich für was wann wie wo verantwortlich ist und dann stellt es sich raus dass es jetzt Begegnung von Wirklichkeiten ein total zerflattertes Bild gibt zu welchen Fragen wer wie wo wann Antwort geben muss und wie das zusammenspielen muss dass es auch ökonomisch und vollständig ist wenn wir mal davon ausgehen dass ein gut funktionierendes System eigentlich für alle relevanten Fragen die mit seinen Wirtschaften auftauchen Antwort geben können muss insofern ist jeder zunächst mal verantwortlich für die Aufgaben mit denen er direkt betraut ist aber und das würde ich auch erwarten von jedem jeder ist egal in welcher Funktion er ist mitverantwortlich sich so weiter das aus seiner Perspektive kann ein Bild zu machen ob das Verantwortungssystem schlüssig ist also ich würde sagen es es sollte das wäre schön schön